Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeigen wir dir, wie du mit einer Daisy Chain dein Tuch am X-Mount an der Decke befestigen kannst. Der X-Mount hängt von der Decke, so wie ich ihn hier gerade halte, sodass du das X einmal von unten sehen kannst. Du nimmst dann dein Daisy Chain bzw. ein Ende deiner Daisy Chain und legst es durch den X-Mount, durch das Kreuz. Wenn du es jetzt so hängen lassen würdest, dann wird es relativ instabil. Das rutscht schnell durch, wenn du an einer Seite Dollar ziehst. Genau, deswegen binden wir jetzt die Daisy Chain noch einmal im X-Mount fest. Dazu legst du einmal eine Schlaufenseite über das zweite Ende, fehlst sie nochmal durch das Kreuz, durch den X-Mount und dann durch das Auge, von hinten durch das Auge durch, so dass du das dann einmal festziehen kannst und die Schlaufe dann trotzdem noch nebeneinander, also in zwei Strängen vom X-Mount runterläuft. Die Schlaufe, 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 die Schlaufe